Mir ist Bewegung sehr wichtig, sei das im Alltag beim Stegenlaufen oder beim Sportmachen innen oder draussen. Und gerade wenn ich in der Natur unterwegs bin, dann kann ich sehr gut abschalten, ich komme neue Ideen rüber, ich kann Energie tanken. Und darum ist Bewegung eben nicht nur gut für den Körper, sondern es ist auch für die psychische Gesundheit sehr wichtig. Und Bewegung macht vor allem auch Spass und gerade noch viel mehr, wenn man für draussen ist. Und da ist ja unsere schöne Schweizer Landschaft prädestiniert dafür. Wir haben Seen, Berge, wir haben Tochebene, wir haben Wälder. Eigentlich ist es ja wie ein grosser Spielplatz, wo wir schwimmen, Velofahren, Skifahren, Langläufeln, Klettern, Wandern und immer alles vor unserer Haustür.